Die neuste Ausgabe von The End mit einem Gast, wo ich mich, als er gerade hier ankam, wir sind nämlich im Babylon, als er entspannt über die Straße oder sie entspannt über die Straße lief. Hättest du vor 15 Jahren so entspannt durch Berlin-Mitte laufen können? Jeanette Biedermann ist zu Gast. Ja, hi. Hätte ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dadurch, dass ich selten so aufgetuft durch die Gegend renne, wie im Fernsehen. Du siehst fantastisch aus heute. Danke, aber ich bin halt selten bis gar nicht geschminkt privat und insofern, da fällt es den Leuten und dann die Brille, weißt du, das fällt den Leuten dann manchmal schwer, mich zu erkennen. Und ich glaube, Berlin ist eh so, die gucken gar nicht mehr, wer da neben einem steht. Nee, finde ich auch. Also ich darf nichts sagen. Die Stimme erkennt man sofort. Ja, dann drehen sich Leute um, genau. Ich darf nichts sagen. Du, ich habe Folgendes gesehen, als ich mir so auch in Vorbereitung auf heute dein Leben angeguckt habe, habe ich mich gefragt, ey, die Frau hat ja ein, zwei Haken und Wendungen in ihrem Leben erlebt und hat Sachen begonnen, hat Sachen beendet. Bist du gut darin, Sachen hinter dir zu lassen? Also ich kann es gar nicht alles aufzählen. Du hast irgendwo eine Lehre angefangen, dann riefen die Bühnen der Welt, dann hast du geschauspielert, hast das auch wieder von dir aus beendet, wenn ich das richtig verstanden habe. Also bist du gut darin, so Sachen hinter dir zu lassen? Na, ich glaube, ich bin gut darin, in den zwei Bereichen, die mir sehr viel bedeuten, also die Musik und die Schauspielerei, was einander wirklich braucht für mich. Okay. So und darin immer wieder neue Wege zu suchen, die mich ausfüllen, die mich woanders hinbringen, die meinen Horizont erweitern. Okay, ich meine aber dieses neue Wege gehen heißt auch alte Wege abschneiden. Abschneiden. Was heißt abschneiden? Ich bin ja immer kein Freund davon, die Türen zuzumachen. Lassen wir sie einfach leicht anlehnen. Insofern, man muss nicht alles immer abschließen, um es neu zu beginnen. Manchmal kann man auch einfach nur sagen, okay, ich lege das für den Moment ad acta und schaue, wann es mich wieder berührt auf meinem Weg, wann es mich wieder trifft. Und jetzt bietet sich aber auch gerade erst mal dies oder jenes an. Das ist ja in unserer Branche so, dass es auch so ein bisschen so ein Zufallsding ist. Wenn Türen aufgehen. Ja, wenn Türen aufgehen, Dinge passieren. Man lernt Leute kennen, die wiederum denken, ah, guck mal, ist eine gute Idee, lass mal was mit Janett eigentlich machen. Oder hier und da. Und dann entstehen Dinge, bringen dich an Orte, die dich wiederum an andere bringen. Also es ruft ja immer jemand bei mir an und sagt, wir würden sie gerne für Rolle so und so engagieren. Das Einzige, was ich... Direkt bei dir an? Ne, die rufen bei meinem Manager an. Ich habe wirklich einen ganz klassischen Manager, mit dem ich seit, warte, 18 Jahren zusammenarbeite. Das ist krass. Ne? Den kennst du ja auch noch. Ich meine aber nur damit, weil das ist etwas, was ich sehe und worum ich Menschen manchmal beneide, weil ich das selber lernen musste. Ja, da geht eine Tür auf, da ist was Schönes hinter, dass quasi das Entscheiden für eine neue Tür nicht immer was Negatives für die Sachen sein muss, die hinter einem sind. Also quasi nicht mehr mit einer Band zu arbeiten, sondern wieder Solo was zu machen oder zum Schauspiel dahin zu gehen. Aber ich sag mal, manche Dinge ergeben sich auch einfach. Es ist ja alles verkettet und alles miteinander verbunden. Und manche Dinge ergeben sich auch einfach. Also das mit der Band zum Beispiel war jetzt gar nicht mal eine bewusste Entscheidung von mir. Man muss kurz, für die, die das nicht wissen, dass du neben deiner Solo-Karriere gabst eine Band namens Ewig. Genau. Deswegen bist du eingeladen, weil der Name passt perfekt zum Tod. Genau. Nein, aber die gab's, wie lange? Ähm, ich war mit Ewig neun Jahre unterwegs. Oh. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, die ersten deutschen Songs zu schreiben und dann hat sich sehr schnell diese Band gegründet und ich wollte damals einfach einen sehr harten Cut machen, weil ich mal alles loswerden wollte. Mein Name, die vielen... Was meinst du mit alles loswerden? Naja, diese vielen Stempel, die der Name Janett Biedermann irgendwie automatisch auf den Plan ruft. Viele Vorurteile. Vieles, was aus meiner Sicht so... Ich hatte mich auch so verloren. Ich hatte da eine Platte gemacht, die überhaupt nicht... Die letzte davor. Ja. Undressed to the Beat hieß die Single da draus und das Album hieß auch Undressed to the Beat. Glaube ich, ja. Und ich erinnere mich sehr gut. Doch, dass ich jetzt so rumeier, ist einfach, weil viel in meinem Kopf ist. Das Ding ist nur, diese Platte ist wahnsinnig toll gewesen. Ich habe die mit tollen schwedischen Songwritern gemacht. Wirklich. Eine tolle Arbeit, aber es hat gar nichts mit mir zu tun gehabt. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich verliere mich jetzt gerade. Okay. Ich verliere mich an irgendwas, was ich nicht bin. Und jetzt muss ich mal ganz runterstrippen. Und jetzt schreibe ich mal wieder einfach nur einen Song für mich. Ohne daran zu denken, was wollen die Leute? Was will die Plattenfirma? Einfach nur für mich. Und das muss genügen als Ansporn. Ich meine, das ist glaube ich auch gar nicht so einfach, wenn man gewisse Popgrößen erreicht hat, wie du es gemacht hast. Irgendwann zu sagen so, wisst ihr was? Nö, ich mache jetzt eine Band, die heißt Ewig. Mein Name benutze ich erstmal nicht. Und das sind Entscheidungen, die andere Menschen vielleicht nicht getroffen hätten, weil sie vielleicht Angst vor den Konsequenzen gehabt hätten oder weil neue Wege gehen, auch was Schwieriges ist. Ja, obwohl das ja auch mit mir passiert ist. Was glaubst du denn? Ich war da ja echt auch gecrasht downed sozusagen und habe auch mich zwischen den beiden Jungs sehr beschützt gefühlt. Ich musste erstmal wieder lernen, was es eigentlich heißt, Musik zu machen und wofür das eigentlich da ist und warum es ein Lied gibt und dass das nicht primär was damit zu tun hat, was verkaufen zu müssen in erster Linie. Und auch nicht mit kurzen Röckchen rumtanzen und so. Das ist ja gar nicht meine persönliche... Das hast du nie gemacht? Doch, habe ich total gerne gemacht, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es auch gefühlt habe. Und ich mache das auch heute noch gerne, aber bitte immer schön mit Inhalt. Ich bin keine platte Tanzmaus. Aber ich wollte nur mal sagen, ganz schlimm ist das für mich mit den Entscheidungen immer, wenn ich Schauspielangebote kriege. Da weiß ich manchmal nicht, machst du das richtig? Ist das so, wie das da steht? Wird das eine gute Qualität haben? Oder bist du dann in einem Projekt gefangen und merkst mittendrin so, ach du grüne Neuner, das geht irgendwie in eine ganz falsche Richtung. Da habe ich Angst, weil das habe ich nicht selber in der Hand. Und meine Musik schon. Da fällt es mir manchmal schwer und ich denke, habe ich das jetzt richtig entschieden? Hätte ich das machen sollen? So. Ich wollte ja fragen, ich glaube, dass das aber auch eine gewisse Stärke braucht, in einem so Sachen loslassen zu können. Glaubst du, hast du das gelernt, diese Stärke, Sachen hinter sich lassen zu können? Ich meine, ich oute mich. Ich habe selbst mit meiner Oma, wir haben GZS-Set geguckt, wenn wir bei Oma zu Besuch waren. Und aus sowas Erfolgreichem musstest du, darf man das heute erzählen, musstest du damals gehen oder wolltest du gehen? Ich wollte gehen. Unbedingt. Aber allein so eine Entscheidung zu treffen aus einem eigentlich laufenden Erfolgsmodell, egal wie man das jetzt finden hat. Eigenartigerweise habe ich da nie drüber nachgedacht. Das mit dem Erfolg. Was ja schon was sehr Gesundes ist, oder? Das war nie an erster Stelle. Ich wollte auch immer Sängerin werden, Schauspielerin sein, Musik machen und selten eigentlich nie ein Star sein. Ich habe gelernt, dass das irgendwie dazugehört, aber das hat mich nie interessiert eigentlich. Und somit war auch immer Erfolg. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch manchmal so einen Cut gemacht, weil mein Herz und meine Seele mir dann gesagt hat, ich möchte mal das und das machen. Und andere hätten vielleicht gesagt, bleib mal schön in dem Modell drin. Solange das schön erfolgreich ist, dann macht das immer schön Katsching, Katsching, Katsching und irgendwann ist gut. Nee, aber nun sitze ich hier mit 40, habe schon auch eine lange Reise hinter mir und habe mich aber eben nicht mit 30 zur Ruhe gesetzt und 13 Kinder gekriegt und mir einen Palast gebaut. Was schön ist, weil ich lebe. Was glaubst du, wo du diese, also das beobachte ich gerade ganz doll. Meine Tochter Mathilda wird jetzt zwei im Herbst. Ich habe so zwei, drei Sachen auf dem Zettel. Ich habe das überhaupt, wir haben überhaupt kein Konzept bei der Erziehung. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich mir für die wünsche. Ich wünsche mir für die, dass die relativ angstfrei aufwächst, also angstfrei im Sinne von Respekt vor Sachen haben, aber keine Bedrohung sehen und ich wünsche mir, dass die uns vertrauen kann als Eltern da, wo das geht und dass das vielleicht so die Basis legt. Weil was du gerade beschreibst, ist doch eigentlich das wünschenswerteste, was es gibt, nämlich zu schauen, was brauche ich denn gerade und dann nicht auf materiellen Erfolg vielleicht auch schauen zu müssen, weil man Glück hat. Es ist ja auch eine Frage von, hast du die Situation dafür? Wer hat dir das beigebracht? Wo hast du das gelernt? Was haben deine Eltern richtig gemacht? Meine Eltern haben ganz viel richtig gemacht und zwar in erster Linie, dass sie natürlich mich mit wahnsinnig viel Liebe immer umschmückt und umgarnt haben. Nee, ich habe keine Geschwister. Das haben sie auf jeden Fall richtig gemacht und dass sie mir eigentlich immer, immer wirklich eingeflößt haben. Hör auf dein Herz und auf deinen Bauch. Also sie haben mich sehr schnell, sehr früh vertraut gemacht, dass da innen drin was ist, was einen durchaus irgendwie lenken kann. Und ansonsten ordentlich zu sein. Sie haben mir Werte beigebracht, um die es geht, die entscheidend sind. Waren die streng? Nee. Also meine Eltern waren, ich weiß nicht, was streng ist. Ist streng jetzt, dass man einer auf den Arsch kriegt, wenn irgendwas schlecht läuft? Nee, streng heißt... Oder ist streng, wenn man die Stimme erhebt und sagt, dass das... Nee, streng heißt, streng im positiven Sinne heißt für mich, wenn ich dir sagen würde, das da ist verboten, das machst du nicht und ich aber auch bei dieser Linie bleibe und im besten Falle sie dir vielleicht auch... Vielleicht ist konsequent besser als der Begriff streng. Ja, konsequent. Meine Mutter war sehr konsequent. Mein Vater hat die Konsequenz abgegeben an meine Mutter und sie darum gebeten, sie auf mich zu übertragen. Nein, mein Vater brauchte ich nur angucken und dann war da schon alles zerflossen. Schon so. Also meine Mutter musste aber nein sagen, mein Vater dürfte immer ja sagen. Das scheint aber so zwischen Töchtern und Väter zu sein. Ich weiß, dass mir mittlerweile verboten wurde, mit meiner Tochter einkaufen zu gehen, weil wenn diese... Die brauchen nur auf was zu zeigen. Ja, können wir das Pferd da hinten bitte kaufen? Ja, können wir. Nein, aber das ist ja quasi auch, glaube ich... Sie haben ja immer alles erklärt und das finde ich, glaube ich, wichtig. Okay. Ich glaube, man muss leider gerade... Ich habe also ein befreundetes Pärchen, die haben gerade ein kleines Mädchen bekommen, Clara, die ist zwei. Ja, gleich alt, ja. Und du musst wahnsinnig viel Nein sagen. Aber ich finde, es gibt immer so und so ein Nein. Und wenn du sagst, pass auf, fass da auf keinen Fall hin, weil es ist ganz, ganz heiß und dann verbrennst du dich und dann hast du ganz viele Blasen und es tut weh. Ich merke jetzt schon bei ihr, wenn du ihr die Sachen erklärst, versteht sie die und macht sie aus dem Verständnis heraus nicht. Und das haben meine Eltern auch gut gemacht. Sie haben mir immer alles erklärt. Sie haben nicht einfach nur Nein gesagt und dabei blieb's, sondern haben das Nein begründet. Das habe ich jetzt echt schon auch von ein paar Menschen gehört. Das versuchen wir, glaube ich, auch. Und ich bin immer erstaunt, mit zwei sprichst du jetzt ja nicht besonders viel, aber dass die, glaube ich, ganz viel versteht. Sie hat immer gesagt, ja, ja, ja. Oder nein, nein. Bei uns gibt es gerade das Nein und Rückwärtslaufen dabei. Nein, nein. Nee, bei Erklärungen ist es immer, ja, ja, ja. Hast du es wirklich verstanden? Ja. Natürlich. Okay. Aber man hat es erzählt und irgendwas bleibt hängen und tatsächlich so, du merkst dann in der, eine Woche später kommt sie dann irgendwann nochmal auf sowas zurück. Heicht, ne? Heicht, ne? Heicht Platten, ne? Und dann denkst du, ja, sie hat doch was gerafft irgendwie. Da bleibt viel hängen. Ja. Dein Papa lebt nicht mehr. Nee. Wann ist der verstorben? Mein Papa ist vor drei Jahren verstorben. Weißt du noch quasi, als die Nachricht kam oder wann ist bei dir im Kopf angekommen, da geht's eventuell nicht mehr weiter? Wie alt war der da? Mein Vater war 63. Also nicht so alt? Nee, leider. Leider, leider. Wann es angekommen ist, dass er sterben wird? Na ja, das war im Prinzip bei meinem Vater ja so, dass er im Koma lag, ganz lange. Und dann ist er auch aus dem Koma nie mehr so richtig adäquat erwacht. Er hat dann einen Luftröhrenschnitt gehabt, der konnte also auch nicht mehr sprechen. Und das war so eine lange Zeit, wo ich ihn jeden Tag im Krankenhaus besuchen war. Und dann hat er gute Tage gehabt, wo er mit den Lippen mit mir sprechen konnte, so. Also hat er dich wahrgenommen? Ja, ja. Und dann gab's Tage, wo er gar nicht adäquat war, wo ich einfach nur da war und ihm mit Penate irgendwie seine Lippen eingecremt hab, weil die trocken waren und so. Ja, und dann kam ich an einem Tag dorthin und da lag er und da war das Herz bei 120. Also als würde er so leicht joggen. Ja. Und da dachte ich mir, oh, das ist glaube ich nicht gut. Und dann habe ich die Ärztin geholt und dann hat die gesagt, naja, da beginnt jetzt der Sterbeprozess. Das waren Ihre Worte? Mhm. Und ich so, äh, ja. Okay, also ich komme heute Abend auf jeden Fall nochmal wieder mit meinem Mann und so und okay, gut. Es war ein Mittwoch, weiß ich noch. Dann kam ich ja so abends mit meinem Mann und da war das schon an der Unterwärtskurve, also es geht dann in die Richtung so. Und dann habe ich gesagt, ja, war mein Cousin und dann kam die Ärztin mit, da habe ich gesagt, ja, ähm, ich würde dann jetzt morgen dann wiederkommen nochmal, ne. Und dann sagt sie, ähm, nee, nee, nee. Also der Sterbeprozess hat eingesetzt. Also er wird definitiv heute sterben. Man weiß nicht wann, man weiß nicht, wie lange es dauert. Ich kann ihnen anbieten, ähm, dass sie hierbleiben. Wir stellen eine Kerze auf. Okay, das haben Sie gemeint, das ist großartig. Ja, wir fahren ein bisschen die Geräte runter und geben ihm die Möglichkeit, dass er langsam gehen darf, wenn er will. Und ich so, okay, dann komme ich morgen nochmal wieder. Nein, nein, nein. Rufen Sie besser mal Ihre, Ihre Mama an. Ja, dann habe ich meine Mutter angerufen. Waren die beiden noch, sind sie ein Paar gewesen? Ja, ja, verheiratet und zusammengelebt, genau. Und, ähm, wir haben ja alle auf einem Grundstück gelebt. Also ich habe praktisch, vorne haben meine Eltern so ein kleines Haus, das habe ich denen geschenkt damals. Und hinten haben wir gebaut, also so ein Familienhöfchen sozusagen. Okay. Und insofern waren wir einfach sehr eng auch miteinander und so. Ja, und dann haben wir da gesessen und dann, ähm, haben sie die ganzen Geräte wirklich eigentlich ausgemacht, glaube ich, nur noch die Beatmung. Und irgendwas hat sie dann erzählt. Wir geben noch Mürre, Weihrauch, irgendwas. Das habe ich nicht verstanden. Geben, geben wir ihm noch als Infusion irgendwas. Ich habe es nicht. Das erleichtert den, den Weggang. Ich weiß es nicht, was das war. Ich habe auch gar nicht. Bei mir war eigentlich nur ein Pfeifen im Ohr. Ja, und dann eine Dreiviertelstunde. Und dann machte es ganz lange Piep. In dem Film. Ja, und dann stand da, 38 war sein letzter Herzschlag, sein letzter Pulsschlag. Und das weiß ich noch, das hat sich echt in mein Herz gebrannt. Und dann steht er da, war ja auf der Intensivstation, entlassen. Wirklich? Mhm. Nach der Todeslinie sozusagen. Und dann dachte ich mir aber wirklich so, ja, jetzt bist du irgendwie entlassen. Und das war so krass, weil ich auch gemerkt habe, in dem Moment, ich habe ihn dann angeguckt und da war er nicht mehr. Es war irgendwie wirklich nur noch die Hülle. Also ich hatte auch das Gefühl, dass er dann wirklich auch schnell gegangen ist. Wer war dann noch mit dabei? Ja, mein Mann und meine Mutter. Das Dreier-Team war da. Genau. Genau. Und das war, glaube ich, der krasseste Moment in meinem Leben. Ich habe noch nie zuvor jemanden sterben sehen. Ich habe auch noch nie jemand gesehen, der gestorben war. Also eine frisch gestorbene. Mit 37 dann. Hätte ich gerechnet. Ja, genau. Auf der anderen Seite, glaube ich, war es auch gut, weil mein Gehirn dann doch ein bisschen schneller begriffen hat. Und ich auch gesehen habe, dass er wirklich eingeschlafen ist und dass er einfach aufgehört hat zu atmen und nicht so, was man sich da immer vorstellt, der Todeskampf und so. Das ist ganz häufig, hört man das, dass Menschen fragen, hat der gelitten dabei, dass das so total wichtig für deren Kopf ist. Wie war das in dem Dreier gestirmen? Was habt ihr denn? Wart ihr bei ihm geblieben danach? Was habt ihr gemacht danach? Ja, wir sind noch einen Moment bei ihm geblieben und natürlich viel geweint und die waren auch so, so toll da auf der Intensivstation. Die haben ja eine Tür zugemacht. In welchem Krankenhaus wart ihr? Man darf ja auch mal Werbung für gute Krankenhäuser machen. Ja, ich will noch nicht so sehr verraten, wo ich lebe. Ach so, okay. Das erzähle ich dir nachher. Okay. Aber es gibt gute Krankenhäuser in und um Berlin. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und genau, wir sind dann noch ein bisschen geblieben und dann, sie hat uns gesagt, wir können so lange bleiben, wie wir wollen, auch 24 Stunden. Okay. Wenn jetzt ein Notfall kommt irgendwie, dann haben sie noch einen Raum, ansonsten. Das ist häufig das Problem nur so bei Intensivstationen, dass die einfach diese Betten belegen müssen. Genau. Ja, und dann haben wir die Fotos abgemacht. Wir haben ihm ja Fotos von uns da an eine Pinnenwand gehangen, dass er immer was uns sehen kann. Ja, wir haben die Bilder sozusagen von der Wand genommen und ja. Und dann seid ihr mit Mama nach Hause gefahren? Genau. Und dann haben wir eigentlich, haben wir eigentlich geredet und geredet und geredet und geredet und geredet und habe ich mir aufgehört zu reden und irgendwann ganz, ganz erschöpft dann ins Bett gegangen. Das macht leer auch, ne? Total leer. Und ich konnte noch nicht mal, also zu Hause dann, ich konnte noch nicht mal weinen. Das ist dann zu Hause wieder angekommen, hat mein Gehirn das als schlechten Film irgendwie verbucht noch. Bis das dann wirklich noch angekommen ist, hat es echt eine Weile gedauert. Nun war es bei meinem Vater so, dass er tatsächlich gelitten hat. Okay. Also mein Vater ist an multiplem Organversagen gestorben sozusagen, weil er hat überall Krebs gehabt und Bauchspeicheldrüsenkrebs und so weiter und so fort. Also es war sowieso schon ein sehr langes Siechen mit vielen Medikamenten und immer wieder im Krankenhaus und Krebs und Operation und raus und wieder. Ja, also es war auch tatsächlich so. Und mein Vater war trotzdem ein Mensch, der immer gesagt hat, aber trotzdem will ich mein Leben nicht verlieren. Okay, der wollte kämpfen auch. Ja, aber auch vor allen Dingen sein Leben nicht verlieren. Wo ich mir gesagt habe, Vater, du musst jetzt aufhören zu rauchen und hier auch nicht immer irgendwie hier fünf Bierchen am Wochenende und so. Und am Ende habe ich mir auch gedacht, warum habe ich das eigentlich alles gesagt? Weil, hey, er hat ja dann auch mal zu meinem Onkel gesagt, ach mit dem Rauchen. Ich weiß, dass Gini das nicht gerne sieht. Ich in dem Fall. Also Leute, die mich gerne haben, hängen an meinen Namen in Iran. Gini. Ja, genau. Die Bezaubernde. Ja. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich weiß doch gar nicht, wie lange ich noch habe und dann will ich einfach die Zeit, die ich habe, einfach noch so genießen, wie ich Bock drauf habe. Eigentlich hat er auch recht gehabt. Aber man wollte halt eigentlich nur die Zeit verlängern. Ja, weil ich das immer so vermessen finde, von außen zu sagen, von wegen, da ist jemand von seinem Leiden erlöst worden. Das ist so. Nee, jetzt hinten raus, wo einfach schon gar nichts mehr ging. Ja. Er war ja im Krankenhaus. Er hat ja zweimal versucht, sich alles rauszuziehen. Also du hast gemerkt, dass er, und er war adäquat. Sie haben ihn dann gefragt, wie die Bundeskanzlerin heißt und welches. Ja, wir haben ja, er war total adäquat. Und er hat immer gesagt, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Also er hat das auch meiner Mutter immer zu verstehen gegeben mit den Augen. Also es muss ihm einfach auch wirklich nicht gut gegangen sein. Und er hat einfach vielleicht auch diesen jahrelangen Kampf einfach satt. So. Glaubst du, dass, also der wusste irgendwann, jetzt geht's auf den Tod zu? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hat er das kommuniziert? Er hat es nicht kommuniziert, aber es war so, dass im Prinzip gegen Ende nochmal die ganze Familie da war. Und er hat allen, im Prinzip mit allen nochmal so das Persönliche geteilt. Also mit seinem Bruder hat er dann immer eine Angel gezeigt und Bierchen. Und meine Mutter soll mal Jörg ein Bierchen anbieten und dann gehen wir mal wieder angeln, wenn er zurück ist. Hat er alles so mal gezeigt und artikuliert. Bei seiner Schwester auch. Und das wirklich mit allen so. Und es waren alle nochmal da. Und ich glaube, er hat am Ende eigentlich nur noch drauf gewartet, dass mein Mann, Jörg, dass der halt auch noch da ist und dass wir drei dann noch da sind. Und ich hatte dann ja einen einzigen Moment noch. Zwei Tage vorher. Weil ich hab leider Gottes, war das letzte Gespräch mit meinem Vater ein nicht so schönes. Streit. Ja. Weil ich hab wieder gesagt, du musst jetzt auf dir aufpassen und hör jetzt auf mit den Zigaretten und das muss das machen. Ich war wieder so ein bisschen... Warst du so eine Tochter, die da... Nein, eigentlich nicht, aber ich hab mir halt Sorgen gemacht. Er hat ja auch Diabetes gehabt und dann hat er den Zuckerschock gehabt, weil er sich verplant hat hier mit seinem Messen und alles. Und deswegen, dann hab ich eben gesagt, Mensch, du musst doch aufpassen und hier und da. Das heißt, das war eher so ein bisschen so ein Gespräch. Und dann bin ich halt wieder, musste ich wieder weg in eine andere Stadt. Und als ich wieder kam, lag er dann im Koma. Das heißt, wir konnten gar nicht mehr miteinander reden. Ich hab seine Stimme nicht mehr hören können. Und einen letzten Moment hatte ich vorher noch, wo ich ihm gesagt habe, dass ich ihn lieb hab und er mit seinen Lippen geformt hat, ich dich auch. Und da hab ich so gedacht, wie unglaublich wichtig sind mir diese stummen Worte. Wirklich diese Worte ohne Stimme, die bedeuten mir alles im Nachhinein, dass ich ihm das nochmal sagen konnte und er mir eben dann das auch nochmal so sagen konnte. Wart ihr immer eng miteinander? Ja. Also wenn ihr zusammen... Klar, ihr habt zusammen gewohnt, das klingt jetzt... Nee, aber waren wir immer. Immer. Auf jeden Fall. Mein Vater ist ein sehr liebevoller, sehr sensibler, ganz, ganz gefühlvoller Mensch gewesen. Wie geht's deiner Mama heute? Kannst du das einschätzen? Na, meine Mama hat natürlich in der letzten Zeit mit meinem Vater natürlich auch nicht so schöne Jahre gehabt, wenn es jemandem nicht gut geht und jemand den Lebensmut verliert und man sich natürlich hier und da auch sorgt und so weiter, sind das natürlich auch Jahre, die nicht von Leichtigkeit bestimmt sind. Das heißt also nochmal ein Aufblühen jetzt danach. Es ist ein Aufblühen, auf jeden Fall. Klar, meine Mama ist natürlich hier und da auch einsam und sie vermisst ihn natürlich ganz, ganz doll. Sie hätte sich das auch alles irgendwie anders gewünscht, aber man kann sich das ja leider nicht so wünschen. Aber meine Mutter war in den letzten Jahren mit ihm so stark. Meine Mutter hat alles zusammengehalten und wirklich alles für ihn gemacht und getan. Und also meine Mutter ist eine irrsinnig starke und wundervolle Frau. Und ich glaube, ohne meine Mutter wäre mein Vater schon viel länger nicht mehr. Das habe ich jetzt ein paar Mal auch so in Gesprächen, weil Angehörige, die Menschen schnell verlieren, weil jemand, also ich kann immer das Beispiel, die Mama von Mathilda, deren Opa ist über 80, der hat abends noch gegrillt in seinem Gärtchen mit seiner Frau, ist schlafen gegangen und nicht mehr aufgewacht, 84. Ich dachte so, boah, ist das nicht der schönste Tod, den man sterben kann? Das Spannende ist, oder das für mich Interessante, ich versuche ja auch immer Leute so in ihren Trauerprozessen zu sehen und das auch zu verstehen, was da passiert, dass die Oma von Katja, also der Mama von Mathilda, dann fast schon so wütend war, von wegen, dass das so ohne Vorankündigung passiert. Wo ich dann auch meinte, naja, aber die Alternative wäre gewesen, dass du einen Pflegefall neben dir vielleicht gehabt hättest und ihr habt bis zum Schluss Lebensqualität, also wirklich, die sind immer in den Urlaub gefahren, das macht sie jetzt alleine auch und ich dann immer so hin und her gerissen bin, zwischen dem, dass es manchmal sicherlich gut ist, zu sehen, dass jemand krank ist und zu verstehen, warum da das Leben aufhört und ich aber auch denke, ne, vielleicht ist ja überraschend auch was Schönes. Ich glaube, dass es, dass es nie schön ist. Die überraschende... Nee, im Sinne von, dass man nie sagen kann, was ist das Idealste, vielleicht ist das bessere Wort. Ich habe es jetzt gerade wieder bei meiner Schwiegermutter erlebt. Meine Schwiegermutter ist jetzt vor zweieinhalb Wochen gestorben. Die hat getanzt, die war 88, die hat viermal ihren Geburtstag gefeiert und hat irrsinnig Spaß gehabt und ist einfach umgefallen. So, ne. Irrsinnig plötzlich, die war super fit. Niemand hätte damit gerechnet. Auch doof. Also für die Person selber wahrscheinlich nicht. Genau, das ist ja immer so mein Gedanke. Für die war das wahrscheinlich gut. Nun hast du ja das Glück für dich, dass du wahrscheinlich Wege hast, um mit so einem Verlust umzugehen. Musik. Richtig. Wie hast du das in deinem Umfeld beobachtet? Wie ist denn dein Mann oder wie ist denn deine Mutter damit umgegangen? Wo haben die für sich Kanäle gefunden? Wo haben die ihre Trauer hingepackt? Ja, erstmal in Gespräche, ne. Mit dir? Ja, mit uns allen gemeinsam innerhalb der Familie. Also dieses immer wieder darüber reden und irgendwann, wenn man sehr viel geredet hat, sich auch wieder Bilder anschauen und in Erinnerungsschwellen. Ich habe ja einen Song geschrieben, der heißt Deine Geschichten. Da geht es genau darum. Ich glaube, was ja am Ende übrig bleibt von uns, sind unsere Geschichten. Und man sehnt sich, glaube ich, nach nichts mehr, als die mit einem kleinen Lächeln irgendwann wieder erzählen zu können. Heute, nach drei Jahren, kann ich wieder die Geschichten erzählen und kann so sagen, guck mal, weißt du, der Vater, was der jetzt gemacht hätte, der hätte jetzt hier gesessen und so. Und dann kannst du das mit dem Lächeln erzählen. Und darum geht es, diesen Zustand zu erreichen. Man soll nicht vergessen, und man soll nicht den Schmerz wegdrücken. Man muss die Geschichten wieder und wieder erzählen, auch wenn man erst mal nur weint, wenn man das tut. Weißt du, wie das zurückgekommen ist mit den Geschichten erzählen? Ich habe das bei meiner Oma bemerkt, wenn ich dann so anfange, wenn ich über Opa rede, habe ich sofort in ihren Augen gesehen, oh nee, alles klar. Aber das ist gut. Nee, du einfach merktest, okay, das könnte jetzt ihr auch wehtun, dass ich erzähle. Und fand es dann aber auch falsch. Und dann hat man gesagt, oh nee, ich möchte ja Geschichten erzählen. Wie ist das bei euch wieder in Gange gekommen? Also hast du das irgendwann gemerkt, jetzt können wir wieder Geschichten erzählen? Oder ist das... Wir haben eigentlich immer darüber geredet. Und was man ja auch macht ist, komm mal, dann hätte er, wenn er jetzt da noch wäre, dann hätte er vielleicht das und dann wäre er vielleicht auch, ne, ein Pflegefall. Und das hätte er ja gehasst. Mein Vater hat immer gesagt, also Punkt eins, niemals ein Pflegefall. Ich möchte euch auf keinen Fall in irgendeine Arz-Horlast fallen. Und Beerdigung, ja, muss ja leider sein in Deutschland. Ansonsten hätte ich gesagt, hier in der Aschetonne mit dem Zeug. Ah, wirklich? Mein Vater war so, da sehr, ne, er wollte auf keinen Fall irgendeinen Stress hinterlassen. Und dann denkst du immer so, ja, also so Pflegefall jetzt im Rollstuhl und nicht mehr können und künstlichen Ausgang da und hier. Das hätte er niemals gewollt. Hast du gesungen auf der Zuhörfeier? Nee. Hättest du gekonnen? Nee. Hättest du nicht? Also es ist so, dass Jörg, also mein Mann ist ja auch mein Gitarrist, nicht nur meiner, spielt für ganz, ganz viele Leute in Deutschland und ist eben auch Musiker, steht auch mit mir auf der Bühne. Du hast ja den coolen Gitarristen geangt. Ja, schon ganz lange. Schon von der ersten Begegnung an war das so boing. Wirklich? Ja, ja, voll. Nee, und der hat im Prinzip, mein Vater hatte einen Lieblingssong von Peter Frampton, Show Me The Way, das war so sein Teenie-Song und das hat er immer geliebt. Mein Vater war eben ein großer Musikfan und das hat Jörg für ihn gespielt, ganz, nur mit der Akustikgitarre, ganz, ganz kunstvoll, ganz geschmackvoll, ganz schön. Und das hat er auch vorher eingespielt. Und der konnte auch während des Spielens, der konnte kaum spielen, ihm sind die Tränen immer ins Griffbrett getropft und also das war ganz krass. Ja, und ich bin ihm sehr dankbar, das ist das Schönste, was er tun konnte. Und wir haben jetzt auch auf Tour, ich war ja gerade auf Tour, wir haben auch eine DVD aufgezeichnet, da spiele ich natürlich den Song Deine Geschichten auch, wo es auch um den Song geht. Es beginnt ja gleich mit, Peter Frampton war für dich ein Held und so. Und wie ist das live, das zu singen? Ja, es ist Wahnsinn. Ich habe nicht drüber nachgedacht, als ich den Song geschrieben habe, dass wir den dann auch spielen wollen. Und dass ich immer wieder da durch muss, durch dieses Gefühl. Auf der DVD in Berlin war es ganz, ganz schlimm. Wo habt ihr denn überhaupt in Berlin gespielt? Im Huxleys. Okay. Und ich habe den letzten Ton gesungen und du hörst richtig, wie ich mir erst mal wegdrehen musste und mir die Tränen kamen und ich mich beruhigen musste. Und ich bis zuletzt gekämpft habe, dass mir hier nicht die Gurgel nach oben kommt, weil wenn man anfangen muss zu weinen, man kann nicht mehr singen. Es ist vorbei. Da ich überhaupt nicht singen kann, ist das für mich ein Neuland. Nee, es ist wirklich witzig. Du kriegst keinen Ton mehr raus. Da schiebt sich einfach das davor und dann ist Schluss. Oder jetzt eben bei Jörgs Mama, die ja nun jetzt vor zweieinhalb Wochen gestorben ist, wo die Lilli Marleen geliebt hat und ich das dann für sie gesungen habe. Und auch so oft musste ich noch nie abbrechen. Ich glaube, es war noch nie so schwer für mich ein Lied zu singen, was eigentlich so einfach und so wunderschön ist. Also man macht das, aber ich hätte es niemals live da irgendwo gekonnt. Hast du mal auf einer Trauerfeier für jemanden gesungen, unabhängig davon? Nee. Weil ich mir das auch unglaublich, unglaublich schwer vorstelle. Schön allein die Zeremonie, also sowohl bei meinem Vater als auch jetzt bei meiner Schwiegermama, waren ganz, ganz toll, ganz berührend und aber tröstend zugleich. Aber dennoch weinst du die ganze Zeit. Also. Was soll passieren, wenn dir mal was passiert? Wenn Jeanne stirbt, wenn Jeanne stirbt, gibt es da einen Plan? Ja, ich möchte, dass alle eine Riesenparty auf mich schmeißen. Leben, Musik, Tanzen, Geschichten erzählen. Wo willst du, gibt es einen Ort, wo du beerdigt werden möchtest? Am liebsten in meinem Garten, aber das geht ja nicht. Weiß ich nicht, wenn du nett bist zum Bestatter, kriegen wir alles hin. Oder ich möchte einfach da, wo ich wohne, in den See geworfen werden oder ins Meer. Ich bin sehr mit dem Wasser verbunden, weil, also. Es ist schön, sie schaut dabei auf ein Buch, weil ich nämlich gerade Segelmanöver lehre. Das mit dem Garten, finde ich, also zum Beispiel bei dem Opa meiner Frau könnte es sein, ich muss jetzt sehr im Konjunktiv reden, dass auf jeden Fall ein Teil der Asche mit dem Segelboot aufs Meer rausgefahren könnte, hätte ich gehört oder so. Das finde ich gut. Das wollten wir eigentlich bei meinem Vater auch, aber es wurde uns dann wirklich sehr untersagt, des Gesetzes wegen was auch immer. Ja, habe ich vorhin gehört. Was mich bei jemandem wie dir immer noch interessieren würde, ist, du arbeitest jetzt gerade, hast du erzählt, an der DVD, die rauskommt. Was würde denn passieren, wenn du bist am Song schreiben, da sind Sachen und dir passiert was? Dürfte dein Mann damit noch was machen? Dürfte er das veröffentlichen? Ja, alles. Ich bin jemand, der immer sagt, das Teilen von Dingen macht sie erst schön. Okay. Ja, also gerade was, wenn es um Musik geht. Und ich bin ein sehr offener Mensch geworden. Ja, also es gab Zeiten in meinem Leben, da war ich sehr verschlossen, weil ich Dinge erlebt habe, die nicht schön waren, die mich haben ängstlich werden lassen und verschlossen. Also bei mir ist ja mal ein Stalker eingebrochen und so. Und das hat mir eine Zeit lang sehr viel Angst gemacht. Und da wurde ich sehr zurückgezogen von anderen Menschen. Ich habe aber gelernt einfach auch wieder, also A, bin ich kein Opfer und ich lasse mich auch nicht terrorisieren, so. Und deswegen habe ich also sehr, sehr gut wieder gelernt, offen zu sein. Und habe ja jetzt auch nach langer Zeit eine Soloplatte wieder rausgebracht und der erste Song hieß wie ein offenes Buch. Ich will leben wie ein offenes Buch. Du darfst lesen, ich schlag keine Seite zu. Und das ist genau das, was ich fühle. Ist das das, was du gespielt hast, als wir uns in der Talkshow getroffen haben? Ja! Man muss nur einmal erzählen, dass wir haben nämlich beim WDR Kölner Treff. Das ist das, was du da gespielt hast, mit deinem Mann zusammen. Nee, das war nicht mein Mann, weil mein Mann konnte gerade leider nicht, sondern es ist ein befreundeter Gitarrist noch, der auf uns mitten spielt. Also für alle, die ihre Vorurteile über Janett Biedermann ablegen wollen, ihre Frühphase war sicherlich auch nicht mein musikalischer Geschmack. Aber ich saß da auf jeden Fall auch in der Runde und das war krass zu sehen, wie da einfach alle so einmal atmen mussten auf jeden Fall bei dem Lied. Dankeschön. Ich danke dir, dass du hier warst. Ja, super gerne. Und hoffe, dass wir uns zumindest beruflich nicht so schnell sehen müssen. Nee, aber vielleicht treffen wir uns noch mal in einer Talkshow irgendwo. Vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön. Dankeschön. Danke.